Warte, kämpfst du mal kurz gegen die Talibane. Nö. Oh doch. Äh, findet 10 verkrabende Gegenstände. Da oben ist ne Katze. Was war der Erfolg nochmal? Äh, 10 Dinge auskraben. Achso. Ne, hatte ich nicht. Kann ich den trotzdem angleichen? So bist du gut. Er hat aufs Mohl bekommen. Ja. So. Alter, der Typ sieht 46. Ja. Diese großen ziehen nur mal verdammt viel. Ich bin ja... Ja, Spieger. Benutze ihn gerne als Hochgeschoss, aber nicht mich. Schon wieder der Level ab, ey. Ey, ich hab XP, man. Ach ja. Oh nein. Hilfe. Ich bin... Ich bin niemand auf den, was geschmissen werden will. Hau ab. Oh nein. Was riecht mir jetzt? Oh ja. Jetzt mach ich dich fertig, Brudel. Ich kann mal nicht mal in die Hand dran. Natürlich. Sind wir noch nicht tot? Nee. Der schießt. Ah. Jetzt ist er tot. Die habe ich mir verdient. Dafür eine für dich. Da ist eine für dich. Wir sind ganz schön stark geworden, ne? Scheiße. Ich hatte eigentlich RT gedrückt. Na, aber naja. Geh hoch. Okay. Und weiter geht's. Ach. So. Boah, die leben noch. Der eine zumindest. Ist er tot? Ja. Ja. Ich nehm die andere Seite. Okay, die hauen ab. Ich hab jemanden den Kopf abgehauen. Ist richtig so. Boah, ich liebe diese Kombo, ne? Ich mag diesen Charm. Hey, hier eine Münze für dich. Guck dir diesen Charm an. Wie machst du das? Y während des Rennens. Aha. Boah. Ich mag das Auge, ne? Mhm. Zwar nicht sonderlich stark, aber... Es hilft wenigstens. Bratwurst und Schäler. Hey, jetzt übertreibe, Alter. Jetzt übertreib doch mal nicht. Pass auf. Ja, genau. Ach, du? Du kannst auch hochspringen und die Fähigkeit machen, ne? Du. Wie? Nein, ich mein wegen dem, dem sie eben. Ach so. Der ist sich gerade in die Hosen geschissen. Mein Auge hat angegriffen, deswegen. Ist ja auch so, dass er sich in die Hosen geschissen hat. Hat er sicherlich auch. Ich kümmere mich um Taliban. Wenn ich ihn mal sehen würde. Backstreet with us, ahoy. Ne. Oh, white thingy, oh. Alter, wo kommen diese Pfeile her? Von oben. Okay, jetzt nur noch der. Da, Geld für dich. Boah. Ne Machete. Yeah, Verteidigung. Da, 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 da. Ich hab jetzt ne Waffe, ne? Stärke plus 1, Verteidigung plus 3. Geil. Guck dir sie doch an. Alter. Loll. Loll. Ihr Ernst? Hey, wir können die töten. Nimm du. Nein. Ah. Ups, der Wertepreis. Leal. Nein. Ist ganz schön schwer, den einzuschätzen, ne? Haftung. Wir haben gewonnen. Wir haben 10. Loll, Schatzkarte bekommen. Das ist, das ist lustig. Das Spiel ist so genial. Ohne Scheiße. Wir haben jetzt alles, ne? Ja, jetzt können wir nach oben. Hat das viele? Oh. Ich guck, das wird ein ziemlich langes Let's Play. Endlich mal. Es ist schon wieder halb eins. Was? Und wir meinen nicht mittags. Nein. Nein. Nachts. Genau. Weil wir es können. Ähm. Ach so, meinst du, spielen wir jetzt weiter, oder? Kann man irgendwie allgemein die Karte anziehen, ne? Vielleicht üblich noch? Okay, du hast herausgefunden, wie man Punkt aus dem Staat. Ähm. Inhalte runterladen? Nein. Ne. Was ist das überhaupt? Äh, es gibt die ÖCs, äh, einen pinken und einen schwarzen Ritter. Ach so, sehe ich auch gerade. Hier seht ihr mal. Hat 21 Minuten derzeitiges Spiel. Das heißt, wir haben zwei Stunden aufgenommen. Oh, jetzt seht ihr mal. Seid das nicht erstmal fürs Erste? Ja. Oh, jetzt sehen die den Trailer. Und mein Guthaben und so. Egal, jetzt habt ihr mal gesehen, wie reich ich bin. Zwei Cents. Oh, scheiße, ich hab, ich hab, äh, Dings, äh, ein Gegenstand in Inventar. Echt? Ja, wahrscheinlich eine Castle Crashers Karte. Ich hab keine Ahnung. Äh, nee, ich hatte ja, ich konnte ja keine mehr sehen. Was, 99 Cent für so'n Typ? Geht eigentlich. Ich meine, das Spiel macht Spaß. Ja. Ah, übrigens, kostet das Game? Kannst du mal kurz gucken? Äh, das kostet 11,99. Im Vierer-Pack, äh, 35,97. Also Leute, für 12 Euro. 12 Euro ist das echt ein geniales Spiel. Wir haben den Party-Modus außerdem noch nicht angezockt. Nein? Nee, es gibt so eine Art Party-Modus. Den müssen wir mal zocken. Können wir machen. Ja. Wenn wir erstmal den Story erstmal durch, denn das zeigen. Könnten wir eigentlich auch zwischendurch, oder? Also du musst es wissen. Du musst es wissen, dass du deine Fans zeigen willst. Ja, ich würde erstmal Story durch, den Party-Modus. Okay, dann machen wir es sozusagen als, äh, Bonus. Ja, also Leute, jetzt haben wir wieder gut 8 Parts voraufgenommen. Finde ich toll. Ja, wieder mal 2 Stunden lang durchgesesond. Ja. Wenn das Wort gibt. Season ist, ja, pff. Ja. Okay. Dann musst, ja, kannst ja schreiben, Season 2 oder so, haha. Nee, ich meine, damit, äh, dass wir durchgezockt haben, so bis hierher. Ja, die 8, erst nach Parts waren sozusagen einmal zocken und jetzt, ab Part 9 ist dann halt, ähm, wo wir zweites Mal zusammengezockt haben. Genau. Ja. Aber ich glaube, das haben die auch schon bemerkt. Die, die es geguckt haben, ja. Es sind nicht relativ viele, aber. Innerhin. Zwei Stück oder so, aber. Boah. Besser als gar nichts, ne? Mhm. Und solange man Spaß hat dabei. Ja, stimmt. Jetzt habe ich auch wieder schön ordentlich Vorproduktionsvideos. Material. Ja, ebenso. Und wie ihr seht, sind wir jetzt gut. Und, ich würde es gut schätzen, 75% durch. Hm, ich, man kann die Karte nicht so sehen. Ja. Das ist ein bisschen kaa. Okay. Jetzt sehe ich, jetzt sehe ich deine Fähigkeiten. Boah, ich bin echt gut geskillt, wa? Ja, wollen wir mal mit deinen guten Skills, äh, die Parts beenden? Ja, klar, warum nicht? Ich meine, ist doch toll. Ja, also Leute, ich danke, mich wieder bei Zuschauen. Und ich danke, dass ich wieder mitspielen durfte. Ach, kein Problem. Zusammen angefangen, also. Jo. Zusammen angefangen, zusammen beenden. Dann würde ich sagen, ich freue mich über jeden Dislike. Unten ist wie immer Baka Dies verlinkt. Baka Dies. Baka Baka. Das ist der Baka mit dem Bagger und der baggert noch. Ja, schöner Zung, ähm, Zungbrecher. Mhm. Dann würde ich sagen, ciao und Baka Dies hat das letzte Wort. Sayonara.